Zeig mir deine Tinten! Dieses Land behandelt Frauen wie Bürger zweiter Klasse. Wir verdienen ein Magazin, das uns lehrt, für sich einzustellen. Lassen Sie mir Ihre Idee vor. Den Zeitschriftenmarkt zu verändern, schafft man nicht so einfach, aber Frau schon. Was finden Frauen an Männern am attraktivsten? Intelligenz. Motorräder. Wenn die Welt für deine Idee noch nicht bereit ist, zeig ihr, was sie verpasst. Vollgang Spatznähe! Frauen haben es wirklich schwer. Minks. Jederzeit streamen in der Kanal Plus App.